Zahnersatz gibt es schon seit vielen Jahrhunderten. Schon in der Antike wurde versucht, Zahni zu ersetzen, die durch Krankheiten oder Unfalle verloren gegangen waren. In diesem Video werden wir die Geschichte und Entwicklung des Zahnersatzes von der Antike bis zur modernen Zahnheilkunde genauer betrachten. Antike Zahnheilkunde und erste Formen von Zahnersatz Schon in der Antike haben Menschen versucht, fehlende Zahni zu ersetzen. In Ägypten wurden beispielsweise Zahni mithilfe von Tirzahninen oder Metall ersetzt. In der griechischen und ramischen Antike wurden Zahni mithilfe von Gold- oder Elfenbeinbraeinviertelzeeten ersetzt. Diese Fraeinviertelhenformen von Zahnersatz waren jedoch nicht besonders haltbar und verursachten oft Probleme im Mundraum. Entwicklung im Mittelalter und der Renaissance Im Mittelalter und in der Renaissance wurden Zahni oft mit Zahninen von Verstorbenen oder Tieren ersetzt. Diese Methode war jedoch unhygienisch und Fahinviertel hatte oft zu Infektionen. Erst im 18. Jahrhundert begannen Zahnerärzte, Zahnersatz aus K-1-viertelnestlichen Materialien herzustellen. Die ersten K-1-viertelnestlichen Zahni waren aus Elfenbein oder Porzellan gefertigt. Beginn der modernen Zahnheilkunde und die Entwicklung von kunststoffbasiertem Zahnersatz Im 19. Jahrhundert begannen Zahnerärzte, Zahnersatz aus Materialien wie Kunststoff, Keramik oder Metall herzustellen. Diese Materialien waren haltbarer und sahen natter einviertelriger aus als die bisherigen Materialien. In den 1950er Jahren wurde die Herstellung von Zahnersatz mithilfe von Computern eingefahren Viertel HRT, was die Passgenauigkeit und Haltbarkeit des Zahnersatzes weiter verbesserte. Moderne Methoden der Herstellung von Zahnersatz Heute gibt es eine Vielzahl von Methoden zur Herstellung von Zahnersatz, die auf den individuellen Bäder einviertelöffnissen und Warenviertelenschen der Patienten basieren. Zu den modernen Methoden gehören unter anderem die Herstellung von Implantaten, Kronen, Bra-einviertelzecken, Teil- und Vollprothesen. Die Herstellung von Zahnersatz erfolgt oft mithilfe von Computertechnologie und 3D-Druckverfahren, was eine hohe Passgenauigkeit und Qualität des Zahnersatzes garantiert. Zukunftsperspektiven in der Zahnheilkunde Die Zukunft der Zahnheilkunde verspricht noch weitere innovative Entwicklungen im Bereich des Zahnersatzes. Forscher arbeiten daran, biowehrtraglichere Materialien FA-einviertel-R-Zahnersatz zu entwickeln, die noch haltbarer und nata-einviertelriger aussehen. Auch die Weiterentwicklung von Implantaten und Prothesen wird in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, um die Lebensqualität von Patienten mit Zahnverlust zu verbessern. Fazit Die Geschichte und Entwicklung des Zahnersatzes von der Antike bis zur modernen Zahnheilkunde zeigt, wie weit die Medizin in diesem Bereich gekommen ist. Durch innovative Technologien und Materialien ist es heute maglich, Z.A. nie zu ersetzen, die verloren gegangen sind, und den Patienten wieder ein strahlendes Latschellen zu schenken. Die Zukunft der Zahnheilkunde verspricht noch weitere Fortschritte, die es ärmer glichen werden, den Zahnersatz noch haltbarer, nata-einviertelriger und komfortabler zu gestalten.